Guten Morgen, HUB2 ist, sage ich immer, das Rückgrat unserer Gesellschaft heute, die hier auf der Digitalisierung beruht und wir als HUB2 adressieren exakt diesen Bereich. Ich kann mir die ersten Folien fast sparen nach unserer Keynote heute Morgen. Die Ausgangssituation ist klar, der Bandbreitbedarf ist stetig steigend und insgesamt gesehen ist das ja auch für die Gesamtgesellschaft etwas Positives, weil der gesamte Fußabdruck-Ökobilanz sieht das gut aus, aber für uns als diejenigen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, ist das natürlich eine Herausforderung. Der Trend ist klar, Bandbreite steigt und wir können gar nicht so viel an Effizienzverbesserung erreichen, um diesen starken Anstieg auszugleichen. Das heißt hier der rote Pfeil, der Anstieg und was wir an Effizienzsteigerung hier hinbekommen, ist der grüne. Das Ganze kommt jetzt, wenn man die Netze anschaut, noch dazu, dass wir im Wireless-Bereich, um die Bahnbreite zu realisieren, neue Technologie, neue Frequenzbände einsetzen müssen und nach allem, was man derzeit weiß, sind die noch kritischer, was die Energieeffizienz angeht. Also die Conclusion, obwohl wir insgesamt gesehen viel tun als Kommunikationssysteme, damit unser Fußabdruck geringer wird, für die Kommunikation selbst ist das eine Riesenherausforderung, die Digitalisierung und das ist damit gemeint, dass die ihren Tribut fordert. Nun, wenn wir dazu jetzt einen Hub anbieten wollen, das FMD, müssen wir überlegen, was können wir von diesen ganzen, den vielfältigen Problemen, was adressieren wir? Ja, und dazu haben wir uns drei Kriterien überlegt, um uns auf das Richtige zu konzentrieren. Das ist zunächst mal, dass wir sagen, wir tun nur das, wovon wir auch etwas verstehen. Immer eine gute Prämisse. Zweitens, wir widmen uns auch nur dem, wo wir Einfluss haben. Und drittens, wir fangen an mit dem, was den meisten die größte Hebelwirkung hat. Und wenn man das jetzt für die Kommunikationsnetze runterdekliniert, dann stellt man fest, dass der kritischste Bereich die drahtlose Kommunikation ist, das, was man so Wireless nennt. Und dass dort in diesem Bereich auch die Infrastruktur dominiert. Also der Energieverbrauch der Handys und Smartphones ist deutlich geringer als der der Infrastruktur, der Basisstationen und der dazugehörigen Netze. Und das ist genau das, was wir auch in unserer Keynote gehört haben. Diese Netze werden betrieben von Providern, die die Komponenten so lange nutzen, wie es geht. Und deshalb ist der Einfluss in der Ökobilanz der Herstellung so gering, dass man ihn eigentlich fast vernachlässigen kann gegenüber dem Betrieb bedingten, der Usage-Anteil. Und dazu kommt, dass auch der Energieverbrauch das dominiert. Insofern kommt noch dazu, dass wenn wir jetzt an die neuen Technologien denken, Millimeterwellenbänder, dass das eher noch zunehmen wird. Und dass wir hier die Situation haben, dass noch gar nicht klar ist, welche Technologien sich durchsetzen. Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, weil ich muss mich breit aufstellen, um für alles gewappnet zu sein. Auf der anderen Seite aber auch eine Chance, weil eine Technologie, die noch nicht fest installiert ist, kann ich noch beeinflussen. Und das ist das ja, was wir eigentlich wollen. Wenn wir sozusagen die Ökobilanz von Anfang an berücksichtigen wollen, dann müssen wir gerade auch da mitmischen, wo eben die Technologien erst entwickelt werden. Deshalb unsere thematische Ausrichtung als Hub. Wir beschränken uns auf die Infrastruktur. Wir legen den Fokus auf den Energieverbrauch. Und wir versuchen eine möglichst breite Abdeckung der Technologien mit ihren ganz unterschiedlichen Reifegraden. Zwischen den 3,7 GHz, die schon installiert sind zum Teil, wo ich Komponenten kaufen kann und den hohen Millimeterwellenfrequenzen, wo überhaupt erst mal an den Komponenten gearbeitet wird. Die Arbeitsfelder sind dementsprechend unterteilt. Wir haben auf der Ebene der Netze 5G-Testbett. Hier sehen wir gerade hier über die Straße sozusagen, ja, TU Campusnetz, dort hängen schon an den Laternen die Basisstationen dran. Wir haben das Thema Millimeterwellen, Breitband links. Das steht für die Funkübertragung, ja. Wir haben die Alternative dazu, die optischen links. Und wir haben als Querschnittsthema Ökobilanzierung. Das alles ist ja die übergreifende Prämisse, unter der das abläuft. Und die folgenden Folien kann man einfach zusammenfassen, was ist unser Angebot als Hub, das wir Ihnen als Partner und Kunden anbieten. Und das ist auch gegliedert nach den einzelnen Ebenen, von den Komponenten bis zu kompletten Netzen. Auf der Komponentenebene geht es darum, wenn Sie daran denken, Stefan Wesemann von Nokia hat gestern in seiner Kino davon erzählt, dass es darum geht, auch bei der Basisstation einen einzelnen Transistor sogar im Leistungsverstärker abzuschalten. Abzuschalten, teilweise abzuschalten. Ja, dann sehen wir, ich muss auch selbst an den untersten Ebene der Komponenten anfangen. Und andererseits muss ich natürlich auch auf Netzebene das realisieren. Und deshalb haben wir hier die Komponentenebene mit dabei. Also es geht um Einzelkomponenten, die ich Performance versus Energieverbrauch, neue Konzepte abschalten, analysieren kann. Technologien gehen hier vom 30 Gigahertz, 60 W-Band, D-Band, optische Transziver. Also ich denke, wir haben ja wirklich ein breites Spektrum und können da, wenn Sie daran arbeiten, relativ viel, fast alles abdecken. Beispiele, Verstärkercharakterisierung, indem man eben jetzt reale Signale nimmt und guckt, was kann ich tun. MIMO ist ein Thema, auch Kopplungen zwischen den einzelnen Antennen, die ich mit einbeziehen muss, wenn ich da jetzt einzelne Antennen abschalte. Antennenmessraum, das Bild hier unten natürlich, die Antenne ist eine ganz entscheidende Komponente in der Funkstrecke. Das ist die Komponentenebene. Zweite Ebene ist dann eins höher, links. Links heißt einfach eine Verbindung zwischen, von mir aus, Basisstationen, aber auch zwischen Basisstationen und Endverbraucher, Endverbraucherin. Dort geht es insbesondere um hier Breitband links, höhere Frequenzen, Millimeterwellen. Dort haben wir sowohl Indoor- als auch Outdoor-Bedingungen, Testbets zur Verfügung, wo man wirklich testen kann, wie sieht denn das aus, wenn ich bestimmte Betriebsmodi nehme, Modulationsverfahren unter den Bedingungen, die eben jeweils gefragt sind. Von den Technologien her decken wir da ab, den drahtlosen, das ist Millimeterwelle, 60 Gigahertz, D-Band, das ist dann schon über 100 Gigahertz und H-Band. Und auf der optischen Seite die klassischen Faserlinks und die, sage ich mal jetzt ein bisschen momentan noch exotischen Ansätze, Freiraumübertragung optisch, als Alternative zur Richtfunkverbindung und Radio over Fiber, als ein Konzept, um die Verteilung zu vereinfachen. Beispiele, Übertragungsstrecke sind hier gezeigt, Indoor, dann ja auch komplette RXGX, also Empfänger, Sender bis über 300 Gigahertz mit realen Signalen und optische Links mit zeitlich hoch aufgelöster Energieverbrauchssensorik. Und das nur als ein kleines Highlight. Wir haben in unseren Arbeiten festgestellt, dass die Messung des Energieverbrauchs hört sich trivial an als Hochvergenstechnik, DC. Und das heißt immer, geht von alleine überhaupt nicht. Denn wir müssen ja hier erstens einzelne Komponenten analysieren bezüglich des Energieverbrauchs und wir müssen das zeitlich hoch aufgelöst machen. Ja, dass ich Tag und Nacht unterscheide, das ist natürlich einfach, da gucke ich auf meinen Zähler. Ja, aber wenn ich jetzt auf einer sehr feinen Zeitskala, die dem derzeitigen Datenverkehr, dem Traffic folgt, dann sind plötzlich die klassischen Energieverbrauchsmessungen sehr schnell am Limit. Ja, und ich muss schon ganz spezielle, dedizierte Komponenten nehmen, um das zu messen und hinterher auch auswerten zu können. Er erzeugt auch enorme Datenmengen, mit denen ich umgehen muss. Also so viel nur als kleine Glimps hier. Und wir sind jetzt auf der Netzebene. Ja, also wenn ich wirklich von mir aus Abschalten von Basisstationen, Steuern der Kapazität von Basisstationen auf Netzebene austesten möchte. Dazu gibt es das Netz hier auf dem TU Campus hier ganz in der Nähe. Das ist auch ausgerüstet für 3,7 Gigahertz, eine 5G-Frequenz. Also da sind wir auf dem letzten Stand. Bietet Ende zu Ende Open Source Testbed, wo ich also wirklich jetzt auf Netzebene Dinge testen kann, Optimierungsalgorithmen, auch Apps, die ich vielleicht einbauen möchte als Provider, ja, um hier entsprechend den Energieverbrauch optimal zu steuern. Vorletzte Folie, Ökobilanzierung. Auch hier ein fancy Feature. Jetzt geht es darum, ich möchte die Ökobilanz jetzt der Herstellung, so einer Platine, gerne generieren. Und da gibt es optische Tools. Ich mache ein Foto meines Moduls und dann gibt es das Software, die identifiziert die Komponenten. Und wenn ich dann eine Datenbank habe mit den Komponenten und deren Daten sozusagen, dann kommt hier die Bill of Materials, die kommt dann hier automatisch raus. Also auch in dieser Hinsicht können wir Ihnen was bieten. Und damit bin ich mit der letzten Folie. Ja, was ist es? Das sind die Validierungsprojekte. Sie haben schon im vorherigen Vortrag gehört. Der Sinn dieser Projekte ist zum einen, dass wir das, was wir jetzt uns überlegt haben, Ihnen anzubieten, dass wir das mal im Realbetrieb testen. Ja, da gibt es sicher noch ein paar Nachjustierungen, die da nötig sind. Aber für Sie ist der Vorteil, dass wir das aus unserer Förderung für Sie stemmen und Sie nur den eigenen Aufwand damit finanzieren müssen. Und wir sind hier im Zeitplan, sehen Sie, ist es noch nicht so, dass diese Umgebungen alle so fertig sind, dass wir sofort anfangen können und das testen. Weil die müssen noch entsprechend kompatibel gemacht werden, noch aufgerüstet werden. Deshalb fängt das Hot, wird es erst im nächsten Jahr. Aber schon heute ist Zeit, uns zu kontaktieren, hier oder auf der Website. Und damit möchte ich mich an der Stelle hier von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn wir uns hinterher noch mal in unserer Hub-Lounge sehen. Lieber Heinrich, vielen, vielen Dank. Applaus Vielen Dank.